hallo zusammen und herzlich willkommen zurück weil wieder mit dabei der keine ahnung ja wir wollten die mikrowelle eigentlich gerade einbauen aber ich habe es mir schon eigentlich gedacht dass da doch ein stein hinter ist also noch eine stufe die folge packen ja einmal draußen sagen und er wird die mikrowelle rein weiß was ich befürchte dass noch eine tragende soll säule und mit diesen abbauen stellt das gebäude ein genau ist aber ich schon passt also auch wenn es traurig wäre es hätte schon was keine ausdauer mehr licht an ja ich glaube ich weiß ich weiß es gar nicht ich weiß jetzt gar nicht ob ich das kann ich mir laufen habe ich dass mir das geht sie gerade eine aufnahme gemacht was außerhalb das kann ich dir leider nicht sagen spontan ich weiß es auch nicht auf jeden fall böse und stöße ist mein neues ziel weil ich weiß nicht wo mein börser und stöße ist an mein stück habe ich gefunden haben wir seit stöße für jede stöße gibt es ein bisschen zeit ja spiel und zerstört und zerstört und eigentlich habe ich ein einzustellen wie er das spiel ja so ich wollte man schon primitiv crafting das kann ich erst mal mit level 15 ich bin jetzt level 14 das geht also noch nicht alt habe ich schnell zu hack doch multiplikator hochgemacht dann advanced workbench das war jetzt auch das nächste ups kommt 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 auch rein ich bin der angekommen muss ich mal gucken uns wurde auf drei fangen wieder an drei zwei drei auf drei fangen wir wieder an drei zwei eins das war ja nur wird menschen das hieß ja nicht beim skating oh mein gott es kaputt aber ich habe ja schon noch eine wo ist die wo ist die zweite da ach ja construction tool level 30 war das es ist voll brach und ich brauche ich wollte ins loch rein die letzte fackel rein wenn er nicht da weg geht es kann ich dir auch nicht setzen also ich bin ich bin ich nicht weil wir haben und der werkbauwerkzeug das mittel habt ja ja wir machen pilze bekommen ich könnte hier mit ton schüsse mit wasser und pilzen könnte ich bitte gemacht in der mikrowelle nicht geil hast du pilze nein aber sobald wir die sporn haben also die pilz bohren könnte ich super machen ich habe auf jeden fall ist die ganze questreihe davon abgeschlossen das schon mal gut wo ist meine tafel 66 erde wird mich nicht sehr weit bringen aber zumindest kann ich oben schon mal mehr anknüpfen das ist schon mal also kein mehr jetzt ja ich will sich ein ozean hier oben erstellen sollen ich möchte nur ein bisschen ackerbau betreiben ja 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 wir verstehen so kann ich den kaffee kochen und noch eine quest abgeschlossen einfach nur weil ich zwei einem im inventar hatte wein noch nicht wenn der regen fällten gather boiled water habe ich auch mach gerade mal ein paar quests hier das mach mal getter club macht man es mal arbeit ich brauche medizin heute gehen wir raus geben ein paar hundert feiler bitte er muss so kommen wir haben hier halt dann trinke ich halt so ein blut wurde mir egal wenn ich hier braucht aber egal das eisenhaltig ne ja und da hast du komm mal ich habe bäume gepflanzt war das nicht gut ja war toll das ist ein thema und zwei sind gewachsen sagt leider gottes kraft bar auf so hat er schmeißt hier runter ich sprich doch nicht hinterher du wärst hinterher gesprungen golden flower brauche ich noch so was dann hinterher gesprungen wollte er unterlese ich mache jetzt hier mal ein paar quests was vernünftiges meiner nacht und ich wollte von die kommen jetzt kommen wir gehen nicht raus kommen wir gehen nur kurz vor die tür nein doch ich möchte die geräusche zeigen das baby lachen ja das ist schon komplett gespoilert das ist die geräusche zeigen und verrät sind direkt schon was es ist das ist ein richtiger feld typischer kälin also okay die ja aber die überraschung ist die geräusche da das wollte ich bringe wirklich mal runter und ja na klar so jetzt ein bisschen heller jene das sind so fingernägel an der tafel so ja voll cool wie hier und die kommst du jetzt endlich mal man haben wir doch es ist das goldenglau hat kiri wieder sein soundboard ausgepackt und die was willst du in der lang haben wir keine golden flower mehr was ich suche hier alles ab ich brauche aber die rohe also einfach so eine blume die hast du im inventar ich komme bist du oben oder unten unten beim kindern lachen ok ich komme mal runter er kommt da ich habe auch das kind auf diesen oben danke und jetzt kümmert sich doch mal und den kleinen nie will ja wenn ich da wohl ist ganz gut jetzt weiter und ist ein rotes skelett hier jetzt weint das alter was macht er nicht abgemacht hat er nicht sehen bist du schon wieder weg oder ich bin noch unten komme her nach vorne 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 mein gang oben auf dem dach ja wir haben das haus nicht kaputt gemacht oder war das schon kaputt hier links das war schon kaputt ach so dort ist ein nightmare 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 der macht diese kindergeräusche der oder ein skelett immer wenn die beiden in der nähe sind hörst du die geräusche ich weiß zwar nicht warum ein skelett kinder lachen hat aber okay ich finde es nightmare wegen albtraum und so oder ja aber es ist ja zum glück kommen die nicht bei der horde ich mache währenddessen gerade mal so ein bisschen die quest reihe der wächs und schluchte irgendwie was ja genau bei mir nicht haben wir schon gettert wein getter wo es wieder gleich wieder größe hier ist der ja und der sack blutet gleich wieder oder warten und wir schießen er hat in ls at maschinengewehr und der repeating crossbow gehabt was zum teufel ist dieses lsat ja das ist so ein stand mg quasi ja du hättest den zweiten auch töten können extrem rotes gelett ja ich bin wieder nach oben ich muss jetzt die quest mal ein bisschen machen weil wenn die dann mal alle erledigt sind dann ist das spiel dann hat man alles gelernt und dann ja ach mein bogen ist kaputt kann ja auch wieder normale dinge angehen ich bin wieder hungrig und ich bin meine kartoffeln wieder ja warte nach dem kreiseren hat geschrieben echt im kreiseren schreit das her komisch halte ich halte im haus die wir auch kartoffeln so was brauche ich denn jetzt ich brauche wein hat jemand von euch noch zwei da in irgendeiner kiste zwei noch allein in der medizin kiste oder so sechs stück waren da in einer kiste also die aus dem dreigen weg habe ich schon rausgeholt ach so dann ok ja schon daran die dann wollte ich mir mal helfen ich weiß gar nicht wo du bist immer nach vorne ja ohne die weinen ja ja ich komme habe ich gleich keine feine mehr wiederholt das hast du ja toll gemacht der wenn extrem nicht helfen will der die fette bumme hell ich habe die weggetan und wieso wieso musst du dir natürlich die sterben doch alleine da unten an den stacheln der eben nicht dann hast du irgendwas falsch gemacht als stachelbauer ja das ist ein rotes skelett weiß wieviel das außer du hast sie gesetzt nach quatsch ich höre gleich auf werden ich steig aus der scheiße hier rastet mal wieder aus so das kommt in die medizin kiste da kommt die essenskiste dort auch dort auch dort auch genauso wie das hier da wie fehlt das geländen aus bitte es geht auch gut da stirbt jetzt anders das von dem machen genau die tür vor ist schon kaputt extremen wie die ist kaputt ja die ist kaputt hast du gemacht ja eben nix also darf ich jetzt eine neue türe kraft und danke die sind doch nur wieder zu thüringen weil du da stand nee du hast da ihre freunde mit der mg kaputt geschossen ja er sollte es dann weiter sagen es muss immer einer am leben bleiben damit das weiter sagen kann was hier passiert ist nee der hätte jetzt weiter gesagt der extrem kann nichts zu ende bringen damit die respekt haben weißt du respekt alter ich gebe dir gleich respekt man ich brauche zwei ich brauche ich brauche ich brauche alles animal heid wenn du mir halt ist ja nicht das wollen wir aber 2 1 ok im roten rock 2 baby 2 gut da kann ich die questreihe erstmal nicht fortführen kraft place ford habe ich jetzt aber keine mussten die tür hallo ja ich muss jetzt gerade fort fortsteigen machen weil wir nichts warten geld an die buch ist auch kaputt gegangen minibike reifen haben wir gar keine von da glaube ich ich glaube ich habe sogar einmal ein verkauf gehabt minibike reifen weil ich da noch nicht wusste dass man die für den woodchipper braucht ja 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 wie bist ja mal in den kopf rein dann ist in den nacken weil ich habe auch nach zwei krecherin geiler ich guck mal sind die fortschüsse aus die eine ist aus ist das feuer hier aus und die zwei sind gar nichts werden auch schon mal viel gleichzeitig ja wie sie ja wir brauchen jetzt warum schreibt die andere denn so ich mach nochmal jetzt gucke ich mal doch mal jemand da ja du machst das wie heißt denn die türe die man da machen kann ich weiß gerade nicht wie die türe heißt die man da machen kann die tür nein ich habe auch englisch aber ich weiß nicht wie die tue heißt dann heißt sie doch nein auch nicht du hast die z lecken gerade das noch das geld von die glaube ich nutzt die lex aus warum man trifft ja auch inventar darauf um zu lenken echt extrem machen wir das extrem alter es gibt aus dem inventar aus das ganze spiel wie heißt denn die verschissene türe das kann doch nicht wahr sein ich habe schon wie in forst mit geguckt jetzt gucke ich gerade unter forged iron so ich gucke jetzt noch mal dor ja unter dor ist sie gar nicht zu finden nur die wort so weißt du was da mache ich hier so eine normale ist mir jetzt auch egal danke endlich bist du bist wie ja 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 hier ist level 12 geil alter so was hast mich in ruhe wo man alle zu mir das heißt meine wache ist kaputt ich komme jetzt mal dazu und guck mal was ihr da treibt jetzt kommt da wo alles vorbei ist da weil ich die türe setzen will wir brauchen halt immer noch eisen eisen ist das große problem genau dauer mehr das ist schlecht hattischen drei abgenommen das geld das geländliche spiel aber ich habe wieder nicht bis runter hat er leckt mich doch türe kaputt stach hinweg das wird ja richtig super hier mit der rote nach der rote kaputt nee oder ich brauche jetzt wirklich scrap iron sophie wie viel schluck das ficht denn genug eigentlich lieb ich habe gefahrt geil wo eine scherz kann wo bist du ich habe akku hatte ich komme ganz nah ran so antiköte da sogar das wollte ich machen genau ich wollte noch ein bisschen holz sammeln um auch geschehen wir haben keine fehler genau das war auch ein plan und hier habe ich doch und tiere falls tiere da so ich habe zwei neue starren gemacht für die türe vorne damit wir da wieder starren haben und die türe ist gesetzt ja nicht geht es eisen und damit wir das wieder aufwerten kann ist doch herrlich wir müssen wir müssen vielleicht auch mal bald irgendwann mal gucken wegen der mine eventuell oder ja ich könnte als nächstes würde ich jetzt die workbench machen problem ist ich brauche dafür ein level ab noch und ja wir brauchen halt auch vielleicht weil diese scrap iron tools ich fahr auf mörser und stösel ich kann auch noch was wo wir sind lange feuer wo wir finden minus 1 ich hunger habe ja ich auch ich bin bei null prozent seit den minuten und da hat der blöde baum hier nicht mein api böser baum ganz rechte keine wochen fünf äpfel dann können wir uns einen apfelwein machen apple bei apple das ist mir bei der apple ich wollte eigentlich nur das fixen damit die türe und vorne wieder alles safe ist und dann wollte ich eigentlich nach mini bei greifen gucken dass wir den woodchipper bauen können und mit dem woodchipper können wir dann holz sehr viel schneller verarbeiten ja m&m der baum ist auf den zombie gefallen und jetzt haben wir den baum mitgenommen und weggedrückt geil hat er das holz geklaut ja alles nur geklaut das war schon toll damals aber noch jung war okay ich war damals auch schon alt damals als ich jung war ja genau die letzten falle die gehabt ich habe ihn getroffen alles gut geklaut geil und er ist auch ein zombie ist ja geil das wollte kommen hinter dich achtung ich bin glück bin ich nicht zu euch gekommen ich trete ich habe einen feilen von den arsch war zwar der schuld aber ich habe nichts getan so gehabt wer wo bin ich eisen jetzt wollte ich ihn am besten eisen jetzt ich bin gleich tot und ich bin tot ich blute konnte ich nicht konnte man die normalen autos auch mit der schütze ja aber mit mechanik gepaart kriegst du mehr raus ja wir brauchen jetzt hauptsächlich eisen und rippt geil und nein nein aber ich habe ja immer eine badage dabei ging es ja zu anderen leuten ich habe mich lieb will sie heute ja ein bisschen leichter machen genau ein kleiner tät die bär ist mein bester freund herzlichen glückwunsch wir werden die horde schaffen es ist von dir auch tot ja es hat sich jeder fall gelohnt aber ich hatte immer zu sagen ich hatte keine ausdauer mehr weil ich schon hatte zwei probleme haben sich jetzt gelöst ja stimmt 50 prozent essen geil wir müssen irgendwo in turn finden die wir zum einstürzen bringen können um da eisen raus zu ziehen oder so ein turm oder irgendwie so was zum fabrik schornstein turm oder irgendwas weil wir haben kein eisen so kann er nicht sein jetzt werde wenigstens gut jetzt gehe ich wieder zu ihm aber gut ob der bär eine drauf kriegt oder nicht ich würde sagen das erfahren wir erst in der nächsten folge von seven days to die raven hast ihr könnt die ganze sicht der amateure noch mal sehen links sind wie immer unten in der beschreibung wir sehen uns dann in zwei tagen wieder wir sind raus und sagen bis dahin